Das Cheers in Bad Soden-Allendorf ist Restaurant, Bistro und Kaffee in einem. Gäste des idyllischen Kurortes sind von dem vielfältigen Angebot und dem internationalen Flair begeistert. Das Restaurant hat sich auf die slavische und balkanische Küche spezialisiert. In stilvollem Ambiente werden Ihnen unter anderem köstliche Grillgerichte und selbstgemachter Flammkuchen serviert. Das Küchenteam legt dabei großen Wert auf die Frische und Qualität der Zutaten. Nebenan im Bistro erhalten Sie Snacks wie Currywurst, Cheeseburger und Salate. Genießen Sie ein Feierabendbier oder einen leckeren Cocktail, während Sie hautnah Sky-Sportübertragungen erleben. Auch auf der großen Außenterrasse mitten in der Fußgängerzone fühlen sich Jung und Alt gleichermaßen wohl. Die Gäste werden stets mit einem freundlichen Lächeln begrüßt, was sie dem Betrieb mit ihrer Treue danken. Restaurant, Bistro, Kaffee, Cheers – ein besonderes kulinarisches Erlebnis. Fortschritte Musik Untertitelung des ZDF, 2020